Der How to Real Estate Podcast mit Robert Plantak und Michael Mayer, präsentiert von Crowdhouse. Herzlich willkommen beim How to Real Estate Podcast. Mein Name ist Michael Mayer. Ich freue mich, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Und ich begrüsse wie immer meinen Gesprächspartner, Crowdhouse CEO Robert Plantak. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Michael. Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu als Podcast auf allen Podcastkanälen und auf YouTube. Und wenn Sie uns gerade zuhören, wenn Sie mögen, was wir hier jede Woche besprechen, können Sie uns einen riesigen Gefallen tun. Abonnieren Sie den Kanal, auf dem Sie das gerade gehören und bewerten Sie unseren Podcast. Das würde uns wirklich helfen. Wir legen los. Wir sprechen heute über Hypotheken und generell über was gerade am Hypothekarmarkt für Entwicklungen zu beobachten sind. Insbesondere der Anstieg der Hypothekarkosten bei den langfristigen Festhypotheken. Aber davor ein Entscheid, der diesbezüglich sicherlich diese Woche sehr wichtig war. Die US Federal Reserve hat einen Zinsschritt durchgesetzt. Einen relativ hohen Zinsschritt. 0,5%. Einen Zinsschritt, den es in dieser Höhe das letzte Mal gab, als Bill Clinton noch Präsident war. Meine Frage an dich, kam dieser Zinsschritt für dich doch einigermassen überraschend oder war er absehbar? Nein, der 0,5% Zinserhöhungsschritt war eigentlich im Markt schon grundsätzlich eingepriesen und erwartet worden. Es war auch mal die Diskussion, ob eventuell 0,75% nach oben korrigiert wird. Aber 0,5% war das, ich sage jetzt mal, das am erwartetsten Szenario. Der Grund, wieso das machen, ist offensichtlich. Die Inflation in den USA zieht an, ist deutlich gravierender als auch in der Schweiz. Ich persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man das vergleicht mit dem, was man anfangs Jahr gehört hat, wo diese Inflation quasi relativiert wurde, dass man jetzt in einer Situation ist, wo man sich wirklich fragen muss, haben die Zentralbanken generell oder hat die FED diese Inflation überhaupt wirklich noch im Griff oder nicht? Oder ist Ihnen das etwas aus dem Ruder gelaufen? Du, ich habe im Moment sowieso das Gefühl, dass wir uns in einer riesen Seifenoper befinden mit einem senilen, alten, unzurechnungsfähigen Mann als Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und dann, ich kann es nicht anders sagen, eine Parade an Clowns bei der FED, die noch im November und Dezember sagen, ja, die Inflation, die sei nur künstlich und die sei nicht echt. Und das ist nur pandemiebedingt und jetzt ist sie plötzlich doch echt und man muss was dagegen machen. Und also für mich total unglaubwürdig, totaler Witz eigentlich das Ganze. Aber es ist nun mal so, wie es ist, ja. Man hat den Blick auf Europa. Auch die Europäische Zentralbank stellt in Aussicht, dass sie diese Zinserhöhungen auf einem Level von 0% im Sommer durchführen will. Die Unterschiede zum amerikanischen Wirtschaftsraum sind meines Erachtens aber schon, oder man macht da natürlich immer eine Abwägung, Zinserhöhungen auf der einen Seite, die Inflation bekämpfen, auf der anderen Seite bedeutet das halt auch die Gefahr, die Wirtschaft abzuwürgen. Diese Gefahr ist in Europa schon höher, als sie in den USA ist. Ich glaube, dieses Abbremsen des Wirtschaftswachstums ist in der Eurozone schon etwas, was der Europäischen Zentralbank wesentlich mehr Kopfzerbrechen bereitet, als es zum Beispiel der US-Fährten momentan macht. Ja, du, die Eurozone ist zum grossen Teil leider auch nur ein Zombie, ein lebender Toter, der eigentlich nur durch billiges Geld am Leben erhalten wird. Und da ist es halt schwieriger, diesen Zombie einfach fallen zu lassen. Und auf der anderen Seite, ja, die Entscheidungen aus Übersee haben natürlich mehr Gewicht auf den internationalen Märkten. Auch der Dollar als quasi Weltleitwährung ist natürlich viel relevanter als ein Euro. Und ja, also jetzt im Vergleich mal gucken, was jetzt die EZB macht, ob sie wirklich hochgeht, ob sie nicht hochgeht. Wahrscheinlich wird sie nur bescheiden hochgehen, also ein bisschen hinterherhinken, da der FED. Die Bank of England oder die Zentralbank dort, die hat ja auch gestern Rekordinflation, gestern oder vorgestern Rekordinflation gemeldet und auch nochmal massiv an der Zinsschraube gedreht. Ja, mal gucken, wo es hingeht. Was ich mich eigentlich frage, und deshalb habe ich das vorher in der Einleitung kurz erwähnen müssen, wieso ich das für eine Clown-Show halte. Also weißt du, wie kannst du daran denken, dass du irgendwie zehnmal mehr Geld druckst in zwei Jahren, als du es irgendwie vorher in 20 oder 30 Jahren gemacht hast? Du machst das, du hältst die Zinsen bei null, du hast da enorme Quantitative Easening-Programme, die da laufen, du spielst so viel Geld in den Markt, du verteilst Helikoptergeld, dass du da nicht eigentlich erwartest, dass früher oder später mit steigender Inflation quittiert wird. Also weißt du, musste man das wirklich so extrem machen, wäre es vielleicht nicht besser gewesen, man hätte ein bisschen langsamer diese ganze Geschichte abgefangen, diese ganze Pandemie-Geschichte. Und deshalb glaube ich meiner Meinung nach auch wieder genau das Problem der Politik, weißt du, von wählen und wiedergewählt werden und Beliebtheit etc. Da war halt beliebt, hey, guck, aufgepasst, Pandemie, ein Event, den gibt es einmal in 100 Jahren, so wie wir ihn gesehen haben. Jetzt müssen wir einfach alles hergeben, was wir haben. Und zwei Jahre später merkst du dann, oh, ich glaube, wir haben ein bisschen überschossen. Und da gehst du aber komplett ins Gegenteil rein und ins andere Extrem und ja, sehr schwierig da zu wissen, wie man da noch navigieren soll. Aber einfach irgendwie, ich habe es für mich so gelöst, ich höre es mir an, ich lese es, aber ich lasse es mir einfach nicht zu nahe gehen, weil am Ende ist auch das wieder nur eine Phase und 2023, 2024 sprechen wir dann wieder vom neuen großen Bullenmarkt und der Explosion, weil also wenn sie ja dann die Wirtschaft abwürgen und da sind sie ja mittendran, müssen sie ja irgendwann wieder die Zinsen reduzieren und wieder mehr Geld in den Markt pumpen, um das dann wieder abzufedern und das kommt so garantiert wie das Amen in der Kirche. Ich kann ja nicht sagen wann, aber es wird kommen und dann sind alle wieder Helden und alle wieder euphorisch und deshalb einfach sich das Ganze nicht zu nahe gehen lassen. Also da bin ich voll bei dir, diese Naivität, die finde ich auch bemerkenswert, weil jetzt irgendwie so zu tun im Sinne von, oh hoppala, die Inflation ist da, das war absehbar, es war wirklich absehbar, es ist nun mal das passiert, wenn du, wie du gesagt hast, den Markt so dermaßen mit Geld überspülst. Ich glaube, was dazugekommen ist, man hat sie natürlich erhofft, ja gut, okay, das Ganze kann ja zu einem Softlanding kommen, das Ganze kann ja relativ gut gehen, wenn nicht etwas Extraordinäres noch dazukommt, wenn nicht noch verschwerte Umstände dazukommen. Das Problem ist, die haben wir jetzt, wir haben einen ukrainischen Konflikt, wir haben die Pandemiesituation in China und dann macht es halt einfach boom und zwar schneller, als dass man das vielleicht erwartet hat. Also im Moment hast du ja wirklich das Gefühl, es brennt einfach überall nur noch. Du hast irgendwie Drohungen von einem Nuklearkrieg, von einem Dritten Weltkrieg, du hast den Krieg in der Ukraine, du hast die Chinesen, die den Verstand verlieren mit der ganzen Omikron-Geschichte. Ja, also es sind wirklich unsichere Zeiten. Genau. So, wir haben das schon ein paar Mal diskutiert, aber zu guter Letzt einfach noch Abschluss halber, was ist die Situation der Schweizer Nationalbank? Wir haben das schon mehrfach betont, auch die Schweizer Nationalbank wird Zinserhöhungen in den Blick fassen, da bin ich relativ positiv. Bist du? Ja. Ich bin mir eben nicht mal so sicher, weil, weißt du, die Mission der SMB ist ja, den Franken nicht allzu stark werden zu lassen. Weißt du, und ich meine, guck mal, was der Dollar macht. Der Dollar ist auf dem Höchststand seit, glaube ich, seit 2016. Das ist jetzt ein Überniveau vor 2016. Kapitalflucht, ja. Und weil immer noch quasi Leitwährung, die Leute flüchten da in den Dollar, wieso sollten die Leute nicht auch noch vermehrt in den Schweizer Franken fliehen wollen? Also ich sage es mal so, ich denke, wenn zwei Dinge bis Ende sich stabilisieren werden, das ist zum einen, die Unterschiede sind, die Inflation in der Schweiz ist einfach wesentlich geringer als im Euroraum und als in den USA. Noch. Noch, noch. Wenn das so bleibt, in dem Sprechen ist die SMB nicht so sehr gezwungen, diese an der Zinsschraube zu drehen. Das Zweite ist genau das, was du gesagt hast, diese Aufwertung des Frankens zu verhindern. Also solche Zinsschritte werden ohnehin nur möglich sein, wenn sowohl die US-FED und dann insbesondere die EZB den ermöglichsten Spielraum ermöglicht. Genau. Und eben vergiss nicht, wir sind ja minus 0,75. Aber wir sind ja nicht mal 0. Also die FED ist jetzt mal auf plus minus 1 gegangen, wir sind bei minus 0,75 und die EZB ist ja auch noch bei, sind sie schon bei 0? Sind sie noch negativ? Ja, irgendwo da. Sie sind noch negativ. Sie sind noch negativ. Also das heißt, zuerst mal muss man die EZB, die hat man gesagt, ja, wir gucken dann mal im Sommer, mal gucken, was die dann machen. Und dann hat ja die Schweiz noch mal ein bisschen Verzug. Und dann ist die Frage, bis wir angefangen haben, an unserer Zinsschraube zu drehen nach oben, ob dann die FED nicht schon wieder anfängt, nach unten zu korrigieren. Aber ich muss da noch ein bisschen ausholen, weil es mich wirklich, wirklich wurmt. Also ich finde ja den Negativzins, finde ich ja den absoluten Diebstahl am Volk und am Unternehmer und am Investor. Es vergeht keine Woche, da kriegen wir Telefonate von den Bankern und ja, hier, ihr zahlt doch Negativzins und das macht doch niemand gern. Und ich erinnere mich noch gut an Zeiten, wo sich Leute briskiert haben über zu hohe Kontoführungsgebühren. Also stell dir mal vor, Micky, 0,75. Und mittlerweile teilweise schon auf Guthaben von nur wenigen hunderttausend Franken. Das ist ein Witz, das ist Diebstahl. Und jetzt kommt ja das Beste, weißt du. Und genau der Banker hat dann letztes Jahr angerufen, November, Dezember, jetzt müssen wir rein in den Aktienmarkt, jetzt ist noch die Endjahresrallye und dann Januar ist es historisch stark. Und da habe ich gesagt, hey, es ist okay. Es ist Working Capital, das fließt in Immobilien, wir sind Immobilienunternehmen, wir machen keine Börsengeschäfte. Wir machen Immobiliengeschäfte, da kennen wir uns aus und da glaube ich viel mehr dran als an den Aktienmarkt. Und stell dir vor, was war dann Ende Januar und Anfang Februar passiert? Ruf dir nochmal an und sagst, oh, jetzt ist gecrasht, jetzt kannst du dich billig einkaufen und so und guck mal, was seit Januar passiert ist. Wir sind schon wieder noch weiter gecrasht und es wundert mich nicht, wenn er jetzt wieder anruft und sagt, hey, jetzt musst du wieder in die Börse investieren. Also da muss ich sagen, du bestielst mich bei meinem Kontoguthaben, obwohl die Dienstleistung einer Bank in der Wirtschaft ja darin bestehen muss, dir nicht nur Kredite zu geben, aber dein Geld aufzubewahren. Und sie bewahren dein Geld auf und da kommt auch gleich die Brücke zum heutigen Thema. Belasten dir dafür, neben den ganzen Gebühren, die sie haben, minus 0,75. Wenn sie dir Produkte verkaufen, gehen die in der Regel den Bach runter und da siehst du auch den kürzeren, weil da hast du 100 Seiten Formulare unterschrieben. Und wenn sie dir dann Kredit geben wollen in Form von einer Hypothek, dann nehmen sie sich die maximalen Margen raus und sagen, ja, ja, die FED hat Zinsen angehoben. Aber ich sage, hey, was ist los? Was ist, wenn ihr euch mit dem Sparguthaben finanziert? Und deshalb, ja, unglaubliche Zeit. Da sind wir schon mitten im Thema. Einfach noch eine kleine Notiz, weil du die Kontogebühren angesprochen hast. Die werden übrigens auch erhoben, wenn die Minuszinsen abgezogen werden. Ja, logisch. Was eigentlich die Höhe des Zynismus ist. Ja, logisch. Sprechen wir über das, was du angesprochen hast. Wir sehen bei einer Hypothekarform, das sind die langfristigen Festhypotheken, dass die Zinsen seit Januar wirklich deutlich gestiegen sind. Irgendwo zwischen, die waren bei Januar irgendwo, ich würde sagen, vielleicht bei 1,1, zwischen 1,1 und 1,4 Prozent, sind heute auf dem Niveau zwischen irgendwie 2 und 2,3 Prozent. Das ist ungefähr die grösste Ordnung. Das ist doch ein Anstieg, den wir, also wir haben im Podcast ja auch schon in vergangenen Episoden darüber gesprochen, oder zumindest ich für mich selber nicht derart schnell erwartet hätte. Und es verwirrt vielleicht den einen oder anderen Zuhörer auch, weil man sich immer denkt, ja okay, aber die Hypothekarzinsen, man sagt ja eigentlich immer, das ist an den Leitzins gekoppelt und die SMB hat ja eigentlich da noch nicht reagiert und nichtsdestotrotz sind diese Hypothekarzinsen aufgegangen. Warum? Weil das einfach ein Witz ist. Das ist einfach nicht richtig und da stelle ich mir die Frage, wieso greift da nicht jemand ein? Also weisst du, wie kannst du Guthabengebühr von minus 0,75 verlangen und dann schlägst du bei den langfristigen Zinsen ein Prozent zu? Ich meine ja, es gibt zwei Faktoren, die Banken können sich über Sparguthaben refinanzieren und sie können sich am Markt refinanzieren. Und klar, im Moment ist eine gewisse Unsicherheit da und diese Refinanzierung am Markt ist teurer geworden, aber nicht so teurer. Und dann, wenn wir auch heute von Saron-Margen reden bei den Banken, da gibt es ja alles Mögliche von 0,4 bis 1,1, 1,2. Wo kommt denn das her? Da hockt halt einer hin und sagt, das verlangen wir jetzt einfach. Es ist unsicher, wir wollen das jetzt verlangen. Und da muss ich dir sagen, Herr Michael, das regt mich wirklich auf, weil ich habe zu tun mit auch vielen sehr großen und professionellen und institutionellen Anlegern und weißt du, wenn die sich finanzieren, finanzieren die sich immer noch bei 0,3 und 0,4 und 0,5. Gerade eben die Woche ein Meeting gehabt, mit einem wirklich, falls uns zuhört, und er meinte, er hört uns zu, lieber Dirk, wirklich einer unserer ersten Kunden, auch bei Cradas und ganz ein guter Immobilieninvestor, auch sonst privat, der refinanziert sich immer noch bei 0,3, 0,4, 0,5. Und da muss ich sagen, da werden einfach die Kunden geschröpft und das deckt sich, weißt du, auch mit Berichten, die ich sonst vom Markt entgegennehme, in ganz anderen Branchen. Lass uns mal kurz den Gebrauchtwagenmarkt anschauen, zum Beispiel in den Staaten, da habe ich viele Berichte gesehen. Einfach weil die Händler wissen, dass die Neuwagen halt extrem lange Lieferzeiten haben, verdoppeln die teilweise die Gebrauchtwagenpreise. Und weißt du, wir haben uns jetzt auch hier in der Schweiz, wir brauchen zwei neue Autos für unsere Vermarkter, die da unterwegs sind, um die Wohnungen zu vermieten. Und wir wollten zwei Polos oder zwei VW Golf bestellen, weil die haben wir jetzt schon in der Flotte und die Lieferfrist, das ist irgendwo Ende Jahr. Und dann haben wir gesagt, ja gut, zeig uns mal die Okkasion, die gebrauchten. Und da kostet ein Gebrauchter mit 10.000, 15.000 Kilometer gleich viel oder mehr wie der Neuwagen. Und weißt du, ist jetzt das Inflation oder ist das irgendwo ein opportunistisches Ausnutzen dieser Situation? Und da komme ich aber wieder zurück und muss sagen, okay, gut, Inflation, klar ist sie da. Will ja auch keiner mehr arbeiten, nachdem er Helikoptergeld bekommen hat. Also gibt es einen Shortage am Arbeitsmarkt. Produktion hat ein Problem, Lieferkettenprobleme, Chinas Psychopolitik da mit null Covid, oder? Hast du das gesehen? Die zäunen die Häuser ein. Also das ist doch wahnsinnig. Auf alle Fälle, also wie viel davon ist echte Inflation und wie viel davon ist Störungen in all diesen globalen Lieferketten oder komplett kapitalistische Ausnutzung der aktuellen unsicheren Lage? Und ich glaube, ein großer Teil der Bankengeschichte geht da rein, weil bitte legt da mal offen, wie viel refinanziert ihr euch durch Kundenguthaben und wie viel am Markt. Genau. Das ist, also dass das nochmal verständlich ist, wie, oder die Banken wurden auch mit dem Vorwurf konfrontiert und die PR-Antwort der entsprechenden Pressesprecher lautet, das bedeutet, wir müssen uns über den Markt refinanzieren und da richten sich halt die Zinsen nicht direkt an der Leitzinsgeschichte der SMB, sondern da geht es um vergleichbare Anlageprodukte, zum Beispiel die Bundesanleihen, die halt tatsächlich gestiegen sind. Da gibt es aber auch Die sind doch auch immer noch negativ. Ja, da gibt es aber durchaus aktuell nicht so wahnsinnig unabhängig, sondern eher bankennahe Experten, die aber behaupten, ja aber halt, Moment mal, das ist nur die halbe Wahrheit, weil das ist zwar in der Theorie richtig, aber grundsätzlich refinanziert ihr euch diese Kredite, die ihr gebt, halt hauptsächlich nicht am Kapitalmarkt, sondern halt über die Kundenanleihen. Und da hat sich eigentlich nichts verändert und da haben wirklich Banken proaktiv opportunistisch wirklich gesagt, diesen Marschenspagat, den ziehen wir jetzt durch. Absolut, absolut, das ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Gut, da… Also Micky, das ist doch ein Geschäftsmodell. Komm, gib mir eine Million, dafür bezahlst du mir minus 0,75 und wenn du dann dein Geld zurückhaben willst, dann verlange ich dann 3% dafür. Genau. Insbesondere, weil man einfach auch weiss, wie wichtig dieses Hypothekargeschäft in der Schweizer Bankenwelt ist. Es ist überlebenswichtig für die Banken. Es war insbesondere in den letzten Jahren das Geschäft, das für alle Banken wirklich wahnsinnig wichtig war und es ist natürlich ideal, wenn oder so dieser wichtige Geschäftszweig, wenn ich da auch noch diese Opportunität abschöpfen kann. Aber ich sage dir, Micky, deshalb fahren wir ja aktuell hauptsächlich mit Saron-Hypotheken, wo wir uns die Flexibilität offen lassen, die jederzeit in eine Festhypothek zu wechseln. Grund relativ einfach, ich glaube, das ist einfach nur eine Perversion des Marktes gerade eben und das wird sich beruhigen. Also vielleicht werden die Zinsen mittel- und langfristig dann leicht wirklich organisch ansteigen, aber das jetzt ist nicht normal. Das wird meiner Meinung nach wieder runterkommen. Und es bleibt so offen, dass der Wettbewerb dann auch wieder beginnt zu spielen, weil es wird dann irgendwann einfach auch die Denkweise einkehren, dass gewisse Banken sich sagen, okay, wenn ihr schon so auf die Margen, auf das Margenpedal drückt, dann werden wir halt jetzt versuchen, möglichst viele Kunden zu akquirieren, indem wir einfach immer noch satte Margen für uns generieren, aber die Preise einfach wieder nach unten drücken. Also hier Aufruf an alle Banken, wir sehen hier eine große Opportunität für euch, die ein bisschen fairer geschäften wollen. Zu guter Letzt möchte ich eigentlich noch über ein Thema sprechen, du hast es kurz angesprochen, was für eine Rolle spielt das für Crowdhouse selbst, vielleicht zur Erklärung für alle. Ich glaube, beim Alleineigentum ist es so oder so, dass die langfristigen Festhypotheken nicht immer die bevorzugte Wahl waren bei den Kunden, die das akquiriert haben, sondern sehr viel auch über Saro gemacht wurde, correct me if I'm wrong, wo es aber sicherlich eine Rolle gespielt hat, insbesondere diese langfristigen Hypotheken war bis anhin im Miteigentum, da war das eigentlich das bevorzugte Modell, dass man gesagt hat, man macht eigentlich langfristige Hypotheken, also zwischen 5 und 10 Jahren ab, hauptsächlich aus dem Grund, weil es einfach eine gute Kalkulierbarkeit bietet. Und weil es natürlich auch opportun war, die Preise waren opportun, diese langfristig zu sichern. Habt ihr, hat Crowners jetzt dadurch, dass sie das relativ schnell geändert hat, auch wirklich da gesagt, okay, wir werden irgendwie etwas an dieser Hypothekarform ändern? Ja, absolut. Also, wir sind ja Investmentmanager und Assetmanager und natürlich gucken wir uns jeden Tag den Markt an und überlegen uns, was ist die ideale Strategie. Und wir glauben hier bei uns im Haus ganz stark daran, dass Schweizer Renditeimmobilien einer der ganz großen Gewinner dieser aktuellen Turbulenzen sein werden, weil du hast keine Alternativen. Und als Schweizer hast du das Privileg, dass du hier Immobilien kaufen kannst. Eins der rarsten Güter überhaupt, Grund und Boden in der Schweiz, weltweit. Und nach wie vor wahnsinnig wirtschaftsstark, auch im Vergleich zum umliegenden Ausland. Das und das mal vorweggenommen. Aber unsere Analyse vorher war halt, wenn wir uns so langfristig, so günstig refinanzieren sollen, fahren wir natürlich die Schiene, vor allem mit Miteigentum, auch wegen Planbarkeit, Schiene, Festhypotheken. Und jetzt, weil wir eben einfach glauben, es ist eine Anomalie am Markt, haben wir natürlich die Strategie dahin geändert, dass wir gesagt haben, also nicht alle, wir kriegen teilweise, ich habe es ja gesagt, gibt es ja noch Banken, die haben wirklich noch faire Angebote. Und da haben wir ein paar wirklich gute Partnerbanken, die geben uns echt sehr gute Angebote, weil wir auch sehr viel Volumen bringen. Und dadurch kriegen wir auch bessere Hypotheken als jetzt ein normaler Retail-Investor. das mal vorweggenommen, also da sind wir noch lange nicht bei diesen zwei Prozent, die du gesagt hast. Aber unabhängig von dem, wenn wir jetzt sehen, dass das Angebot nicht attraktiv ist, dann haben wir dahingehend eigentlich uns, wie soll ich sagen, optimiert, dass wir sagen, okay, gut, wir nehmen quasi einen Vertragsrahmen, gucken, dass wir eine sehr günstige Saran-Marge kriegen und die Flexibilität theoretisch jederzeit in eine Festhypothek wechseln zu können und dann beobachten wir den Markt. Also grundsätzlich in den letzten 20 Jahren bist du mit Saran immer günstiger gefahren als mit Festhypotheken. Das heißt, auch wenn wir dann in Saran bleiben, sage ich dir, werden wir günstiger sein als Festhypotheken und werden uns plus minus auf dem Niveau bewegen, wo wir uns jetzt mit den Festhypotheken bewegen. Das heißt, spielt ja dann sowieso keine Rolle. Aber wenn wir auch wieder sehen, dass die langfristigen Zinsen für die langfristigen Hypotheken wieder runterkommen, haben wir quasi jederzeit die Flexibilität, da wieder zurückzuwechseln und wir haben auch bei uns einen Mitarbeiter, der sonst eigentlich zuständig ist für die Hypothekar-Partner, der ist jetzt neu seit Ende Jahr, auch damit beauftragt, eigentlich aktiv den Hypothekar-Markt zu monitoren und zu gucken, wann macht welcher Wechsel wo Sinn. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich mache am Schluss noch folgenden Hinweis. Wenn Sie sich intensiver mit dem Thema Festhypotheken, Geldmarkthypotheken mit den einzelnen Grundlagen beschäftigen wollen, die bei diesen Hypothekar-Formen entscheidend sind und eben auch insbesondere über die Vor- und Nachteile einer Geldmarkthypothek sich informieren wollen, du hast einen wesentlichen Punkt angesprochen. Es ist relativ einfach möglich, eine Geldmarkthypothek bei den meisten Anbietern in eine Festhypothek umzuwandeln. Der umgekehrte Weg ist faktisch fast unmöglich und wenn überhaupt, nur mit sehr hohen Gebühren. Und zu ergänzen, man darf hier nicht Angst haben. Also die Leute haben immer Angst, es wird dann noch teurer und noch schlimmer, deshalb gehe ich lieber heute in die Festhypothek. Es ist ein bisschen die gleiche Psychologie, wie wenn du an der Börse bist und du hast Angst, dass die Kurse noch weiter fallen und da verkaufst du im Verlust. Hier wirklich, also no financial advice, aber so machen wir es, nicht jetzt irgendwie Angst haben, dass es noch weiter hoch geht, cool bleiben und einfach beobachten. Genau. Entsprechende Themen haben wir kürzlich in unserer How to Real Estate Show auf YouTube besprochen. Diese Videos finden Sie unter www.kradas.ch slash YouTube. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich für das Gespräch. Robert, bis zum nächsten Mal und wieder Lager. Dankeschön. Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcastkanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.kradas.ch slash YouTube oder dem Kanal Ihrer Wahl.